Noch drei Kämpfer auf dem Programm und jetzt kommt wieder eine Möller-Festauber-Boxes zum Einsatz. Möller, 75 Kilogramm. Ich rufe zum nächsten Mal an die Rote Ecke vom TSV Porgach. Miegel Möller! Ich rufe in die Blaue Ecke, er braucht heute ihre Unterstützung, das Völk-Plastmann von Morsinari Baha-Bzana. Miegel Möller aus Vorbach mit der Boxlegende, dem deutschen, ehemaligen deutschen Meistern, Nationalparker, Boxer Heimatjassmann in der roten Ecke. Und der blauen Ecke, der Völk-Plastmann aus Wölk-Plastmann. Wir sind bereit, dringend frei, Runde 1. Aufnahme! Sehr schön! Jawohl! Komm, David! Jawohl! 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 Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Jawohl! Ja, auf Wiedersehen! Jawohl! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ich weiß nicht, ich will es auch nicht. Jawohl! Ja, schön! Sehr schön! Haken! Jawohl! Jawohl!